Alter! Wer war da denn? Jekyll? Wo denn? Gläs ist rechts neben dem Fenster drinne. Ah, das war Gläs. Gläs hab ich. Das war Gläs. Es gibt noch einen Jekyll. Der ist Außenseite vom Badezimmer. Auf dieser Terrasse. Okay. Links von hier, Pöhring. Da ist Jekyll. Der ist auf dem Loch an der Wand. Nice, Andy. Hier ist alles voll mit Stacheldraht. Links sehe ich keinen mehr. Links im Raum sehe ich keinen mehr. Da hat schon einfach das Zeitliche gesegnet. Das war aber auch ein harter Headshot, ey. Häääää? Wo? Ey, ganz ehrlich? So schnell kann der dich gar nicht getroffen haben. Klar. You must be fucking kidding me! Na? Sorry für die Verspätung. Ey. Das ist so lächerlich. dass ich hier meine kleinen stellen das gut wird alle am gleichen fleck was ich habe nur seine scheißhose gesehen habe ich gesehen das gleiche war bei mir vorhin auch und er hat mit seiner pistel getroffen das gibt es nicht alter haben die einen kill hole ist echt bitter ohne rotation meine ich da kommt einer in die man jetzt nicht mehr jetzt ja klar die heute ein privates Ja, ja. What? Ja, hab ich gefragt. Oh, der kommt wieder. Der kommt wieder. Schön. Das war wie cool. Nee, Echo liegt drinnen. Echo ist auf jeden Fall im Raum. Du hast eine Bombe gefunden. Das Problem ist nur. Der Platz ist. Ach, leicht verzogen. Leicht verzogen. Ich war damit mehr beschäftigt. Ähm. Valkyrie hab ich. Irgendwinde Scheiße aufzusammeln. Doch, markiert. Ich komm zu dir, Andy. Ja, ich drohe hier gerade lustig. Mira ist im Gang. Oben, der wollte hier rauspushen. Ich wurde entdeckt. Hier ist eine Welt. Okay. Mira war eben im Gang. Da kommt die. Ja genau, da war es. Genau. Aha. Geiler Schuss. Nein. Nein. Geiler Schuss. Hat aber eine Flur. Da kommt jemand. DJ hinter dir. Blackbeard haben wir nicht mehr genug. Blackbeard ist tot. Esch da. Esch hatte noch 10 Leben. Wir hatten schon zum Schluss. Hm. Montagne. Montagne kommt an dem kleinen Gang. Da sind die letzten zwei. Da sind die letzten zwei. Schieß auf mich. Schieß auf mich. Nein. Der Hedge ist da auch. Nice. Der Hedge ist da. Wo ist ein Blackbeard? Mhm. Was? Was? Habe ich. Nein, ich spiele jetzt mal. Einmal den Dimi. Hm. Genau. Einer muss den Dimi holen. Einer muss den Dimi holen. Dimi, ich komm. Lebst du noch? Ja. Zum Glück habe ich den schnellsten Operator hier. Einmal ins Haus laufen. Ich lebe dich Andi. Kase. Dann bist du schon da. Von wo? Andere Seite. Andere Seite. Hier bei mir. Nice. So. Ja, das kann doch nicht sein, dass er da rauskommt, wenn du daneben stehst, Robert. Ich hab ihn doch erwischt. Was willst du eigentlich von mir? Zu spät. Ich hab Jackfell. Badezimmer aufbüren, müsste aufgegangen sein. Schön. Von unten. Jim, Jim, Jim. Von unten. Jim, Jim, Jim. Robert. Robert, pass auf. Draußen Tür. Wenn mich einer holen könnte, wäre das goldig. Ja. Ach, schade. Ich wollte dich nur holen. DJ, CJ, links, rechts, rechts, rechts. Ich bin nicht. Ich bin da. Nice, Angi. Oh, I love you so much. Hast du den? Ja. Und noch Buck. Alter Buck ist im Bad, Jungs. Im Bad, im Bad. Ist oben im Bad. Ja, ich hab ihn mal gepinkt. Der ist immer noch im Bad. Der ist aber wieder raus, glaub ich. Der ist nach links gelaufen. Schön. Das war ein bisschen random, würd ich sagen. Das war original random. Wohin soll er dich sonst verstecken im Bad? I fucking love that. Das war's.